moin sind und willkommen zum neuen video von mir dem chef gestern fand der inside xbox stream statt und bei dem wurde über das neue update von sea of thieves geredet bzw es wurde ein trailer gezeigt der name des neuen updates lautet chips of fortune und dieses bringt eine neue fraktion mit sich neue missionen eine neue arena und vieles weiteres nun aber mal im detail als erstes werden die bestehenden handelsfraktion weiter ausgebaut und zwar durch ein botschafter system das botschafter system verlangt von euch unter der flagge einer der jeweiligen vorhandenen fraktionen zu segeln und dort drunter dann aufgaben zu machen klingt soweit erstmal nicht besonders könnte aber gut sein denn so absolviert ihr nicht einfach nur zum beispiel eine handelsmission oder eine gold order mission sondern wird euer schiff dann unter der flagge der jeweiligen fraktion segeln das kann man sehr gut an einer großen flagge am heck des schiffes erkennen durch das absolvieren von aufgaben unter der flagge der jeweiligen fraktion steigt ihr im ruf in dieser fraktion weiter auf allerdings werdet ihr wohl nicht in dem ruf aufsteigen den ihr benötigt und piraten legende zu werden also nicht das level 1 bis 50 system sondern ein separates system in welchem ihr dann quasi aufsteigen können und wodurch ihr dann neue schiff skins erhaltet und auch neue klamotten freischalten könnt ebenfalls wird mit dem update dann auch noch eine neue fraktion in see office eingeführt die sich ganz dem pvp hingeben wird der name der fraktion lautet reapers bones und solltet ihr euch entscheiden unter der flagge dieser fraktion zu segeln so seid ihr anhänger des kultes rund um flame hart das hauptquartier scheint wie gewohnt beim schnitter versteckt zu sein und wie gesagt in dieser fraktion ist euer ziel der pvp gegen spieler die unter einer anderen flagge segeln bedeutet solltet ihr zum beispiel welche des gold holders oder der athena fraktion antreffen so müsstet ihr diese dann versenken und quasi dort in dem ruf aufzusteigen also eine knallharte pvp fraktion oder er sagen wir mal quasi ein einer assassinen fraktion und deswegen wohl auch das etzio outfit anders kann ich mir schon fast nicht erklären wie die mission der anderen fraktion genau aussehen werden das wissen wir noch nicht ob es gänzlich andere sein werden das sehen wir es dann würde ich es erstmal schätzen würde ich sagen nein dem wird nicht zu sein der unterschied wird wohl mehr darin liegen dass wir quasi eine flagge am heck unseres schiffes haben dort drunter dann aber quasi ganz normale missionen machen werden wie wir sie jetzt momentan auch schon machen nur dass wir dann quasi in diesem zweiten belohnungssystem dann weiter aufsteigen um dann diese skins freizuschalten die zweite große änderung im april wird in der arena sein diese wird nämlich sehr stark überarbeitet bedeutet es wird nur noch eine kiste geben um die gleichzeitig gekämpft wird und wird es auch nur möglich sein diese an einem vordefinierten ort abzugeben die kiste wird auch nicht mehr durch eine karte angezeigt sondern genau wie bei den reaper chest durch eine lichtsäule welche aus der entfernung gut erkennen könnt die belohnung wenn man sich aktiv am pvp beteiligen wird wird ebenfalls weiter nach oben gesetzt und die zeit der matches wird von 24 auf 15 minuten verringert ich habe bereits in der vergangenheit ein video dazu gemacht welche ich noch mal in die beschreibung reingepackt habe also wenn ihr mehr wissen wollt schaut da gerne noch mal nach dann wird es noch eine änderung geben die sowohl den arena modus betreffen wird als auch den abenteuer modus und zwar solltet ihr in einer der beiden modi getötet werden und ein freund von euch ist nicht weit weg von euch so könnte dieser euch wiederbeleben allerdings wird es nicht die ganze zeit möglich sein sondern wohl nur sehr kurze zeit direkt nach eurem ableben bis euer geist quasi endgültig auf die fähre der verdammten übergegangen ist sollte euer freund aber direkt neben euch stehen so kann er euch dann wiederbeleben und ihr könnt direkt weiter kämpfen und die momentan letzte bekannte änderung ist einmal dass es neue emotes geben wird soweit nichts neues das gibt soweit mit jedem update aber es werden die katzen kommen also die katzen als haustiere werden nun im april ins spiel reinkommen alle die darauf gewartet haben bald ist es wirklich soweit ich persönlich hätte ja immer noch sehr sehr gern einen hund vielleicht werden wir die auch noch irgendwann mal erhalten erscheinen wird das update am 22 april also ist noch ein klein wenig zeit und in der zwischenzeit könnt ihr noch irgendwie gefühlte fünf mal die neue torteil machen oder euch mit den anderen aufgaben in see of these ein klein wenig beschäftigen ansonsten sind das momentan soweit alle änderungen die wir wissen die im april kommen werden das update wird logischerweise noch mehr enthalten aber das werden wir dann erfahren wenn das update dann quasi ein klein wenig näher gerückt ist ansonsten war es jetzt soweit aber auch erstmal von meiner seite ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und dann sehe ich euch an bord euer chef auch immer noch von mir gefilmt . violent von